Ich bin Geschäftsführer der Custom Home Europe GmbH. Wir sind Europas Marktführer im sogenannten Harley-Davidson Aftermarket. Also aus einem 1500 Seiten starken Katalog. Wir verkaufen hier 30.000 Teile an rund 2000 auf Harley-Davidson spezialisierte Motorradwerkstätten und Händler in Europa. Und die nutzen unsere Teile, um Harleys schöner, schneller oder individueller zu gestärken. Wir sind ein internationales Geschäft. Wir kaufen weltweit ein und verkaufen dann mindestens europaweit, sogar bis Afrika nach Osten. Und da geht es natürlich um viele Sprachen. Und der kleinste gemeinsame Nenner ist Englisch. Also ich finde besonders, und so wurde mir das auch nahegebracht, dass man mit allen Sinnen lernt, dass der Unterricht interaktiv gestaltet ist. Wenn man auch auf das Tagesgeschäft eingeht, besser im Gespräch. Das ist die Hauptsache. Aber auch, sagen wir mal, Barrieren überbinden, Fremdsprachen zu nutzen und beispielsweise mit dem Kunden vermeiden zu sprechen. Das ist nicht gut. Also da auch Selbstbewusstsein bekommen durch den Gebrauch der Sprache. Englisch benutzt fast wieder von uns täglich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017